Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass zwei Dritte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Ja, hier sind wir im Ladescreen, weil ich vorher noch etwas erwähnen möchte. In der letzten Woche, also ich habe es nicht unbedingt aufgenommen, aber da war auch der Bürgermeisterwettbewerb. Ich hatte grottenschlechte Aufgaben und habe deshalb auch nichts aufgenommen. Ja, jetzt beginnt ein neuer Pass, ein neuer Wettbewerb und da werden wir auch gleich mitmachen. Und ja, hier sind wir in unserer klitzekleinen wunderschönen Stadt. Hier haben wir noch was von Maxisman. Der verkauft mir hier super günstig eine Woo-Batterie. Und hier haben wir noch Post. Hallo Bürgermeister, die Bürgermeisterpass-Saison endet bald. Bleiben nur noch ein paar Tage, um wertvolle Diamantpunkte zu sammeln und starke Belohnungen zu erhalten. Also schließen Sie weiter diese Aufträge ab. Beachten Sie, dass die temporären Extralager-Belohnungen dieser Saison mit der nächsten Saison auslaufen. Das hatten wir bisher noch nicht, das ist eigentlich nur im Goldpass mit drinnen. Es regnet Diamantpunkte. Oh Junge, die Bürgermeisterpass-Belohnungen waren nie einfach zu erhaschen. Diese Woche bringen alle Aufträge doppelte Anzahl an Diamantpunkten. Ja, das ist natürlich sehr schön. Und der Pass, der Auftrag, der Wettbewerb, der läuft schon. Hier seht ihr es, da haben wir was mit Geld verdient, das ist sehr schön. Ansonsten haben wir noch nicht wirklich was besonders Gutes, Frost-Shirt-Gebiete könnten wir mal machen. Gucken wir mal kurz auf die Bestenliste. Okay. Der erste Platz hat was zum, okay, 60.000, da hat jemand mehr als genug Zeit in seinem Leben. Also, Frost-Shirt-Gebiete könnten wir uns mal angucken und Simoleons verdienen. Außerdem Tokio-Town-Gebäude. Okay, gucken wir uns erstmal Tokio-Town an. Nein, das ist lateinamerikanisches Gebäude. Das habe ich im letzten Pass, äh, im letzten Wettbewerb gemacht. Das hier klappt nicht. Ich habe zu wenig Katzen. Dann bauen wir einfach ein neues, ein Tokio-Town-Gebiet hier und gucken dann mal. Schuhe und Fischsuppe brauchen wir dafür. Gut, dann sind Schuhe dran, Plastik, Kleber, Stoff. Ich sammle einfach hier gleich alles ein. Dann habe ich hier so eine Art Zugang. Dann brauche ich noch Kleber. So, Textilien. Und zweimal Plastik. Stadtlager voll. Tatsächlich. Na toll. Und ich habe kein Plastik. Das heißt, ich komme jetzt erstmal gar nicht vorwärts. Ja, ich habe ganz viel Geld gesammelt. So, machen wir drei... Ne, zwei davon weg. Ja, ich habe in der Zwischenzeit seit dem letzten Pass, äh, seit dem letzten Wettbewerb ziemlich viel gesammelt. Außerdem habe ich überhaupt keine Aufgabe bekommen, wo ich Geld sammeln musste. Deshalb ist alles noch stehen geblieben. So, hier einmal Kleber. Und hier einmal Schuhe. Dann Fischsuppe. Fischsuppe brauchen wir noch. Und dann können wir auch gleich nach den Frosthördgebieten gucken. Was da noch so los ist. Ach übrigens, hier habe ich ein, äh, Nordlicht Forschungsinstitut gebaut. Ähm, ich kann es leider noch nicht verbessern. Es kommen ja häufig so eine Aufgaben wie Attraktion verbessern. Und dafür muss ich dann halt auch noch Geld sammeln. So, Fischsuppe. Gemüse und zwei Kochutensilien. Oha. Also, ein Gemüse, zwei Kochutensilien. Okay, ein Brot, ja. Naja. Ja, gucken wir uns danach an. Erstmal Tokio-Town-Gebiete machen. Und natürlich auch Geld einsammeln. So, also Kochutensilien. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen eine Menge Plastik. Dafür haben wir natürlich nicht genug. Und Gemüse. So, zwei davon. Und ein Gemüse. Ich muss bemerken, noch einmal Kochutensilien herzustellen. Dann können wir das jetzt auch als Auftrag annehmen. So, Tokio-Town-Gebäude ausbauen. 2000 Punkte bringt das direkt. Das freut mich. Ja, komm schon. So, da kriegen wir ein bisschen Geld. Ein paar Erfahrungspunkte. Und da haben wir auch unsere ersten 2000 Punkte schon. So, als nächstes würde ich vielleicht Geld sammeln machen. 16.000, 2400 Punkte. Sammeln wir mal den Tagesbonus ein. Ja, da ist schon eine Menge Geld drin. 2000. Sammeln wir das noch ein. Und jetzt haben wir das auch schon. So, zweiter Auftrag. Fertig. Lateinamerikanisches Haus verbessern. Strandbereich erweitern. Strandbereich kann ich noch nicht erweitern. Und hier können wir das mal einsammeln. Eine ganze Menge Kohle ist das. So, hier. Brett und Grill. Für Grill brauche ich das da. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Start. Und stelle mal noch zwei Kochutensilien her. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt hier alles hergestellt. oder alles bis auf den Grill. Dafür brauche ich nämlich hier Kochutensilien. Es braucht noch sieben Minuten. Ansonsten habe ich noch die Frostfriodgebiete vorbereitet. Und ja, sammeln wir weiter Punkte. Lateinamerikanisches Haus verbessern. Haben wir schon. Direkt hier. Oh, Omega Haus machen wir auch gleich. Erstmal Frostfriod. So, der hier braucht noch Fische. Da sind die Fische. Nochmal kurz überprüfen, ob es das Richtige ist. Eins. Zwei. Und da haben wir auch schon 4.000 Punkte mehr. Wir haben jetzt schon 10.000 Punkte. Und sind jetzt schon beim mittleren Preis. Ich wünschte, ich würde da auch bleiben. So, Omega Haus verbessern. Bei den Omega Häusern, da habe ich schon ein bisschen auf Vorrat geplant. Weil es halt besonders schwer ist, die zu machen. Hier zum Beispiel. Die brauchen super viel. Hier zum Beispiel hatte ich das Glück, dass es nur zwei von diesen Raketenrucksäcken braucht. Und hier habe ich noch zwei vorbereitet. Ich habe das generell ein bisschen erweitert hier. Control net. Ich habe das fast komplett ausgenutzt. Und bei den Drohnen musste ich hier eine weitere kleine Drohnenbasis bauen. Die nächste bekomme ich erst mit 8 Wohngebieten. Das heißt, das ist auch gleich da. Und das da bekomme ich erst mit 16. Genauso ist das hier mit. Da brauche ich auch 8. Und hier brauche ich 16. Also, dann machen wir eins. Leider nur eins. Wären es zwei gewesen, hätte ich natürlich auch direkt mehr Punkte holen können. Machen wir erst mal das da. Damit ich wieder Platz für noch eins davon habe. Oh, Müllentsorgung wird knapp. Recyclingzentrum. 9000 brauchen wir. So, sammeln wir erst mal den Kleinstkram ein. Und alles, was so knapp über 1.000 ist. Das andere kann ich noch später einsammeln. Reicht das schon? 5000? Nee. Dann brauche ich noch was für 4000. Machen wir die beiden einfach. Das sollte jetzt aber reichen. Ja, jetzt reicht's. Recyclingzentrum. Noch eins. Und fertig. Ich guck mal kurz. Oh, hier sind wir auch schon dicht am Limit. Und das steht nicht ganz so, wie ich's haben will. Hier fehlt noch ein bisschen. Da auch. Ja, da haben wir erst mal genug. Feuerwehr locker alles abgedeckt. Polizei auch. Ja. Lieferung nach Tokio. Lieferung nach London. Bei der Lieferung nach London, da habe ich das grad neu gestartet, damit ich mich besser vorbereiten kann. Backsteinehut und Fußballschuhe brauche ich da. Gucken wir uns aber erstmal noch was anderes an. Mal gucken. Katastrophengebiete. Da müsste ich erstmal eine Katastrophe auslösen. Kann ich machen. Will ich aber jetzt erstmal noch nicht. Schläger herstellen und einsammeln. Sechs Stück. Was brauchen die Schläger denn überhaupt? Eigentlich ziemlich einfache Material denn. Ich könnte das machen. Ich habe aber kaum Geparden Tempomarken mehr. Nee, erstmal nicht. So, gehen wir mal alles durch. Neo Simulions verdienen. Nein, das habe ich schon mal versucht. Es hat nicht geklappt. Es war grauenvoll, genauso wie mit Platz Simulions. Einfach komplett vergessen. Samen herstellen. 57. Das werde ich nach der Folge machen. Omega-Kanister produzieren und sammeln. Ja, das Lager ist hier gerade voll. Aber wir können ja hier mal das Omega-3 öffnen. Was ich mir extra für die Folge aufbewahrt habe. So, erstmal die Omega-Sachen. Und dann die ganzen anderen Sachen. Und jetzt habe ich den Überblick komplett verloren. Egal, machen wir hier noch ein Omega. Nicht genug Simulions. Ah, okay. Kann ich gar nicht. Jetzt gerade nicht. Dann verkaufen wir nochmal die paar Samen, die wir hier zusätzlich haben. Zum Beispiel hier den Stuhl. Käse. Und die Feuerstelle. Den Hut lasse ich erstmal. Den brauche ich ja für die Lieferung nach London. Hier. Da lasse ich den gleich erstmal. Ansonsten würde ich jetzt sagen, bereite ich die Lieferung nach London schon mal vor. So, das hier und das hier. Das ist das. Wir haben jetzt hier Hüte. Und ein Mastbampon da auch noch. Ich möchte auch den höher machen. Und ein Mastbampon. Ein�-Mastbampon. Und ein Mastbampon. Ein. Zwei. Jetzt ist das hier alles fast voll. dann sollte donuts herstellen und einsammeln die habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht die werbung noch ein bisschen metall kommt der grill und im grüntal kann man eine reihe machen bei beiden drei reihen da ist das feuerwerk drei millionen dreimal obst und dann die lateinamerikanischen gegenstände nee danke dann was haben wir noch das geht sogar aber bei zement ich habe keine mineralien mehr und bei weiß habe ich auch keine mineralien mehr ich würde das trotzdem ganz gerne machen aber ich glaube ich lasse es jetzt erst mal katastrophen gegen das monster wäre da noch katastrophen gegen das monster mal gucken ob sie überhaupt da ist nein dann kommt es in neun stunden also viel zu spät ja das wird jetzt alles nichts mehr aber die katastrophengebiete mache ich trotzdem noch mal also jetzt messen wir hier rtm3 ich mache immer rtm3 ist ein gutes ereignis dabei gehen halt sechs gebäude kaputt sie sind leicht zu reparieren und drei davon geben auch goldene schlüsse also sehr schön das gibt neunen schlüssel drei bretter ok das gibt jeder eine schlüssel noch mal zwei nägel hammer und eingelegter fisch also zwei nägel brauchen wir ein hammer haben wir erstmal den hammer dann noch eingelegten fisch gemüse und drei bretter und drei bretter bremsen und drei bretter bremsen brauchen wir zwei Nägel, ansonsten nähten wir dann alles. Bisher können wir leider noch nichts machen, ja, schade, wir können wirklich nichts mehr machen, Strandbereich geht nicht, Nähe Simoleons mach ich nicht, Samen herstellen braucht mehr als 20 Minuten, Platz Simoleons kann sehr schwer werden, Omega Kanister kann ich nicht machen, ja, das war's fürs Erste, wie viele Punkte haben wir geholt? 12.800, das ist eine ganze Menge, dann werde ich garantiert noch hier die Lieferung nach London, 2.000 Punkte und das hier auf jeden Fall noch machen, also dann haben wir schon 4.400 Punkte mehr und sind dann auch schon direkt einiges höher, aber es ist schon ein bisschen verrückt hier 60.000 Punkte innerhalb von ein paar Stunden zu holen, Stufe 35, bei welcher Stufe bin ich? 22. 10 goldene Tickets, schön, ich glaub nicht, dass ich so weit kommen werde, aber... Moment, was ist das Ganze am Ende? Oh, 1.400 Simcash, das ist natürlich schön, da kann ich dann, glaub ich, gleich... Nein, doch nicht. Das zweite kostet 2.000 Simcash, das kann lange dauern, sehr lange. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Wir haben 12.800 Punkte geholt und das hier würde ich gerne noch einsammeln. Also Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!